Herzlich Willkommen im Gedankenkraftwerk. Ich bin Enke Kirchner und habe Pankreaskarzinom überlebt. Als bei mir vor knapp zwei Jahren die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Pankreaskarzinom festgestellt wurde, war mir nicht bewusst, welche Bedeutung diese Diagnose haben kann. Heute bin ich überzeugt, dass Heilung möglich ist und dass wir sowohl den Medizinern, aber auch unseren körpereigenen Kräften vertrauen können und uns auf Heilung konzentrieren können. Wenn der Tumor rechtzeitig erkannt wird, haben wir viele gute Möglichkeiten mit medizinischer Unterstützung, aber auch mit körpereigenen Ressourcen uns zu fokussieren, dass Heilung gelingt und bei mir ist es wunderbar gelungen. Aus diesem Grund habe ich mich auch entschieden, einen YouTube-Channel zu etablieren, in dem ich Menschen, die als Patienten oder Angehörige betroffen sind, Mut zu machen, ihnen Stärke zu vermitteln, dass es gut möglich ist, auch eine solche Krise gut zu überstehen und werde in vielen Beiträgen meine persönlichen Erfahrungen zum Besten geben. Heute möchte ich über den PORT berichten. Der PORT ist ein Katheter, der bei mir unterhalb des Schlüsselbeines implementiert wurde in einem kurzen chirurgischen Verfahren. Mit dem PORT ist eine intravenöse Gabe von Medikamenten möglich, denn bei vielen Patienten sind durch den operativen Eingriff oder chemotherapeutische Prozesse die Venen sehr in Mitleidenschaft gezogen und damit hier eine Entlastung des Körpers erfolgt, dient der PORT als gute Lösung. Der PORT ist ein Instrument, das auch in seiner Funktion beeinträchtigt sein kann. Bei mir ist es in den letzten Tagen wiederholt vorgekommen und deswegen habe ich mich entschlossen, darauf einmal einzugehen und auch gleichzeitig die Lösungsansätze zu erläutern, denn nahezu bei jeder Situation, die sich darstellt, haben die Ärzte auch eine Idee. Bei meinem Hausarzt bekomme ich zur Zeit zweimal im Monat eine Infusionslösung. Das ist eine präventive Maßnahme, die mein Immunsystem stärken soll und im Rahmen dieses Prozesses stellte mein Hausarzt fest, dass es ihm nicht mehr sehr einfach gelingt, die PORT-Nadel in die Membrane zu stechen. Das ist aber nötig, um die Infusionslösung anschließen zu können. Als erstes erfolgt nach Anschlächen der Nadel eine Spülung des Ports, dann kann das Medikament verabreicht werden, um abschließend noch einmal in einer Spülung den Port bzw. den Katheter durchlässig zu machen. Bei mir war es so, dass die Infusionslösung von anfänglich 20 Minuten inzwischen etwa 50 Minuten brauchte und man sah, dass es immer langsamer tropfte. Das heißt, die Durchlässigkeit des Katheters war eingeschränkt. Also war ich letzten Freitag in einem Klinikum und stellte mich bei dem Arzt vor, der mich seinerzeit auch operierte und der mein erster Ansprechpartner war. Als erstes überprüfte er das Anstechen des Ports. Das war gut gelungen, sodass die Membran offensichtlich als intakt bestätigt werden konnte, aber dieses Einfließen der Flüssigkeit verlief tatsächlich in einem sehr, sehr mäßigen Tempo. Auf der Station besorgte er sich ein Präparat, das zur Auflösung von Blutgerinnseln dient und das wurde für etwa 15 Minuten im Port wirken lassen und tatsächlich danach ergab eine Spülung des Ports, dass die Flüssigkeit wieder unkomplizierter und schneller lief. Der Arzt bestätigte mich darin und bestärkte mich auch darin, den Port weiterhin zu nutzen, weil die Geschwindigkeit, die Fließgeschwindigkeit des Medikamentes aus seiner Sicht im Toleranzbereich liegt, sodass ich am Montag bei meinem Arzt gleich den nächsten Termin zur Infusion vereinbarte und leider war genau das eingetreten, was niemand gedacht hat. Der Port versagte erneut. Mein Arzt nahm die erste Portnadel, platzierte sie in der Membran, sie saß perfekt und als er den Port spülen wollte, ließ sich der Kolben der Spritze keinen Millimeter bewegen. Stattdessen floss Blut zurück, aber rein lief gar nichts. Er ließ sich keine Spüllösung platzieren. Er bat mich kurzfristig im Klinikum einen Termin zu vereinbaren, damit der Port kurzfristig gespült werden könne und die Störung beseitigt werden kann, denn Gerinnung von Blut im Katheter führt dazu, dass er unbrauchbar wird und das sollte unbedingt vermieden werden. Ich konnte tatsächlich gleich in der Klinik vorbeikommen und in der Notfallaufnahme hatte ich eine sehr kompetente Mitarbeiterin, der es gut gelungen ist, aufgrund ihrer Erfahrung die richtigen Lösungen zu injizieren. Sie nahm dazu auch wieder ein blutgerinnungslösendes Präparat und nach drei Injektionen war der Port wieder frei. Sie sagte, da hat sich ein Tropf gebildet, der sich jetzt wieder aufgelöst hat. Es läuft. Das sind Dinge, mit denen man rechnen muss. Es zeigt aber auch, wenn wir den Menschen vertrauen, die uns medizinisch gut betreuen, dann entwickelt sich auch immer ein guter Ausgang und es geht dann wieder weiter. Der Port an sich ist unkompliziert im Alltag. Man braucht keine Bedenken zu haben. Manchmal spüre ich ihn, gerade wenn die Infusionslösung oder die Spülung erfolgt, merkt man ein ganz leichtes fließen. Aber das ist nur ein hauchzarter Temperaturunterschied im Körper entlang des Katheters. Aber das ist keinesfalls schmerzhaft und beeinträchtigt auch nicht das Wohlbefinden. Wer also einen Port empfohlen bekommt oder wem ein Port gelegt werden soll, der braucht sich nicht sehr viele Sorgen zu machen. Für die Ärzte ist es in der Regel ein Routineeingriff und für die Patienten eine deutliche Erleichterung bei der Nachsorge. Auch bei der chemotherapeutischen Betreuung ist der Port eine wunderbare Erfindung. Soweit bis heute. In meinem nächsten Beitrag werde ich weitere Stories erzählen, die mich manchmal im Nachgang amüsiert auf die Situation blicken lassen, aber natürlich in dem entscheidenden Moment oft etwas irritieren. Aber so ist das Leben. Wir können nicht alles planen, wir können aber darauf vertrauen, dass nicht alles im Leben gut gehen muss, wir aber immer im Nachgang den Sinn einer Situation erkennen können. Bis dahin alles Liebe, Eure Elke Kirchner